jo leute was ihr da willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute werden wir arsenal nicht auf fünf spielen und wir sagen let's go und zwar kann noch ein bisschen besser ja wir sagen wir nehmen den stil schätze ich mir so immer den tambo und ja ein geschenk wir haben bestimmt das geschenk ausgewählt und ja ich würde sagen wenn wir tausend abonnenten erreichen dann können wir den test machen und ich würde mich richtig freuen wenn wir das schaffen aber ich weiß das schon echt viel so packen wir erst mal tier 10 abonnenten ja ihr seht jetzt bestimmt ein bisschen und ja viel spaß mit dem video auf den frischen mal die leute jetzt ist das nicht mehr strahler er ist richtig gut im sturm bei 20 cliffs ist es ungefähr sagen wir springen raus ja die sind von mir ist ja standard müssen aber diese spur die ist und ja dann wird jetzt hier mal direkt direkt bei den timera strahler aber sind ist ja nicht so dass wir gestorben sind dass wir gestorben sind dass wir gestorben sind dass wir gestorben sind das ist ja echt schlimm schon eine one pop an oh level auf die glitz oh ich bin jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt direkt den anderen nein das war echt knapp das war schon echt knapp ich muss dir viel sagen ich bin jetzt schon für die nebengeräusche die kameras immer nicht benutzt aber ich versuche neue Sachen zu tun die leute ich weiß direkt wenn ich den holen ist es denn nicht nein ey den habe ich so tot gesehen alter ja schade banane aber direkt in die nächste und oh oh wir sind immer noch ich glaube ich der einzige oder so oder einer der einzigen der immer noch den timera strahler hat die anderen haben halt den großen vorteil kommt krimi ja und vielleicht die noch scheiß oh wo ist ja so nein nein der pick ist ne der pick ist der schade hat mit dem chat leute also ich ich lüte euch nicht an wirklich ich glaube nicht man kriegt noch mehr ein timera strahler als der tut das damit können wir jetzt übelst rasieren machen wir auch das ist nicht ab ich bin ein Affe oh bei mir ist der hey was geht Bruder und ja weiter geht mit dem Video in den da am richtig im mental feuer alter ja wenn wir hatten ja wir sind 19 auch krimi was da Oh, das war jetzt schon. Easy. Oh, ich muss das. Kannst du aber ETA? Easy! Nein, ich wollte mir das da tun. Ich weiß nicht. Aber vielleicht war es auch einfach nur so ein Ding. Okay, wir sind wieder down. Das ist jetzt nicht so gut. Ich darf ja auch noch ein bisschen länger dauern. Vielleicht, sorry, oder wenn es euch nicht interessiert, dass es ein bisschen länger gibt. Also, du wirst mal so dauern. Okay, ich hab keine E. Wie? Easy. Ey, oh! Oh, der hat mir so ein Schack gegeben. Schreibt mal in die Kommentare, ob der gut war. Ich fand schon, der war gut. Ui! Oh, die Thomas trägt mich den nächsten rum. Oh ja, das ist der nächste. Übrigens hatten wir heute in der Schule ein Schulfest. Also, in der Zeit konnte ich früher... eigentlich hätte ich früher ein Video aufnehmen wollen, aber konnte ich nicht. Oh. Oh. Eben. Bittig. Nice. Also, ich weiß nicht, ob ich noch die ganze Runde aufnehmen werde, aber ich glaube, ich werde bis... bis... bis wir an der... an der... nach der Pump dann am Ende sind. Also, das kann ich eigentlich wieder durchführen. Weil ich will nicht, dass es zu lange geht. Für euch. Damit ihr euch nicht so lange oder so... nicht so kurz ein Video angucken müsst. they have mine, they are mine... Nein! Okay. Schade, mein Name. Okay. Bist du irgendwie der Pfannkang? Oder auch nee. Ich hab keine Ahnung. Ich sag ja immer ganz vieles anders. Wir wollen jetzt runter weg. So. Ich mach halt so. Oh. 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 Der war gut. Der war gut. Okay. Bis zur Ankau. Dann läuft ich jetzt wenigstens. Die da hält. Das kommt. Das ist schon mal. Das ist schlecht. Wir haben schlecht. Wie ist es schlecht? Mein geländischer Wiesen. Oh. Wir sind da richtig gut. Ich hab noch nicht... Das Video ist noch nicht gestorben. Okay. Okay. Das war's mit dem Video. Bis bald. Euer Jan. Ciao.